Der März 2020 war ein ganz besonderer Monat. Es gibt selten solche Monate an den Finanzmärkten. Die risikobehaftete Anlageklassen, insbesondere die Aktien weltweit, haben Verluste im zweistelligen Prozentbereich ausgewiesen, aber auch die anderen risikobehaftete Anlageklassen, z.B. die Kreditanleihen, die Anleihen der Schwellenländer, Private Equity, Immobilienfonds, alle haben starke Verluste erleiden müssen. Der einzige Gewinner des Monats war keine Überraschung natürlich, waren die Obligationenmärkte der bekannten Staatsanleihen, der sicheren Staatsanleihen, z.B. derjenigen der Vereinigten Staaten von Amerika. Und schließlich, der Goldpreis hat eine hohe Volatilität innerhalb des Monats gezeigt, aber über den Monat gesehen ist er stabil geblieben und in diesem Sinne hat seinen Schutzcharakter auch vorweisen können. Die Corona-Krise hat eine enorme Auswirkung auf die globale Konjunktur und als Folge sind die Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung des globalen Wachstums massiv revidiert worden in den letzten Wochen. Gingen wir und die ganze Welt davon aus, dass das gesamte, das globale Wachstum um etwa drei Prozent sein sollte über das ganze Jahr. Jetzt sind die Prognosen im negativen Bereich. Wir erwarten ein negatives globales Wachstum von minus 0,6 Prozent, andere sogar minus 1 oder noch mehr Prozent. Also die Anpassung der Erwartungen in Bezug auf das globale Wachstum sind enorm. Also wenn wir diese Zahlen vergleichen, plus drei mit minus 1 Prozent, das sind etwa vier Prozent Unterschiede beim globalen Wachstum. Man kann das mal fünf multiplizieren. Da hat man bereits die Zahl 20. Das wird ungefähr die Anpassung bei den Gewinnschätzungen der Unternehmen auch dann sein. Jetzt natürlich ist die Konjunktur, die globale Konjunktur, vor allem im Westen, also in den USA, in Europa, vor allem im zweiten Quartal dieses Jahres eingebrochen oder wird einbrechen. In den Schwellenländern, vor allem in China, war es im ersten Quartal dieses Jahres. Wir erwarten für die zweite Hälfte des Jahres eine Erholung. Aber trotzdem für das ganze Jahr müssen wir davon ausgehen, dass das BIP in den westlichen Ländern um etwa minus zweieinhalb Prozent schrumpfen wird. In den Schwellenländern wird es ein bisschen besser aussehen. So kommen wir auf die Zahl minus 0,6. Die Antwort der Wirtschaftspolitik, der Geld- und Fiskalpolitik auf die aktuelle Corona-Krise ist beispiellos. Es ist eine viel stärkere Antwort als diejenigen, die wir je gesehen haben, auch im Vergleich zu der Finanzmarktkrise im Jahr 2008-2009. Im Bereich der Geldpolitik haben mehrere Notbanken ihre Leitzinsen bis auf 0 gesenkt. Und was noch viel wichtiger ist, die quantitative Lockerung wurde wieder stärker benutzt. Also es gibt im Bereich der amerikanischen Notenbank eine quantitative Lockerung, ein QI, das unlimitiert ist und lange gehen kann. Auch die Europäische Zentralbank hat bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr eine quantitative Lockerung in einer Höhe von 750 Milliarden Euro vornehmen will. Also die Antwort ist enorm. Und wir erwarten für dieses Jahr, dass die fünf wichtigsten Notenbanken der Welt eine Liquiditätsausweitung in einer Höhe von 5.700 Milliarden Dollar vornehmen werden. Das sind extreme Beträge und das sind viel, viel höhere Beträge als diejenigen, die wir je gesehen haben in der Periode der Finanzkrise oder auch danach. Aber auch die Antwort der Fiskalpolitik ist enorm. Also wir haben in den Vereinigten Staaten von Amerika ein fiskalsches Paket in Höhe von 1.500 Milliarden US-Dollar und das ohne alle Zusagen für Kreditgarantien. Das ist ein riesiges Fiskalpaket in Höhe von 7 Prozent vom amerikanischen BIP. Es geht vor allem um Zahlungen an die Haushalte, direkte Zahlungen für die Haushalte und für die Arbeitslosen. Dieses Fiskalpaket ist riesig. Wenn wir die gesamte Welt zusammennehmen, sehen wir, dass wir eine Antwort, eine fiskalische Antwort in Höhe von etwa 3,2 bis 3,5 Prozent vom BIP haben. Wenn wir noch dazu denken, dass der fiskalische Multiplikator in solchen Zeiten der Krise 1,5 betragen kann, dann sehen wir, dass die Antwort in der Größenordnung von etwa 4,5, 5 Prozent sein wird. Also es ist eine riesige Antwort auf die aktuelle Frage, auf die aktuelle Krise und sollte dazu führen, dass sich die Lage zu einem späteren Zeitpunkt stabilisieren wird, wenn wir davon ausgehen können, dass die aktuelle Corona-Krise nicht über mehreren Monat oder Quartalanheil.